bist du bereit für dich selbst hallo ich bin sissi göttling und ich begleite menschen seit 20 jahren frei von ihren ängsten blockaden und themen zu werden damit sie ihre eigene wahrheit ihr eigenes selbst ihre uressenz das leben was sie führen möchten auch endlich leben können dass ihre wünsche auf einem fundament der liebe aufgebaut werden empfangen werden und manifestiert werden können denn wenn du aus der angst heraus aus deinen lasten themen aus einer enge und vielleicht sogar mit einem verschlossenen herzen heraus wünsche formuliert abschickt ins universum kommuniziert aus so einer energie heraus betest bittest meditiert was wird im außen entstehen das was in deinem inneren ist siehst du jetzt in diesem moment im außen du hast genau den richtigen partner jetzt du hast genau die richtige wohnung jetzt du hast genau die arbeit die dir zusteht was dir gebührt hast du jetzt in deinem leben es gibt nur das jetzt du hast alles im hier und jetzt und in dir vergangenheit und zukunft die meisten menschen sind nicht bei sich leben nicht im moment und im jetzt sind mit den gedanken mehr in der vergangenheit das möchte ich nie wieder erleben achtung du gibst tierimpulse an die seele genauso wie vielleicht oft die gedanken in der zukunft du spürst dich vielleicht nicht ganz und hast dich ja in ein korsett geschnürt so hat es zu sein und das ist es angst treibt menschen natürlich auch an es ist nicht immer negativ ich werde dir dann ein paar ängste aufzählen heute geht es um thema partnerschaft ich habe da schon eine audiobotschaft rausgegeben die erhältst du über meinen newsletter oder findest sie auf meinem youtube kanal möchte aber heute noch etwas dazu sagen partnerschaft partnerschaft ist ein großes thema der menschheit warum partnerschaft wird immer aktuell sein ob du single bist oder nicht denn es geht in allem wirklich in allem um dich du hast auch mit dir selbst eine partnerschaft und darum wird dieses thema immer aktuell sein alle themen die du hast ob berufung geldthema disharmonien bezeichnet auch von menschen im außen als krankheit ich bin ja da jemand der das erachtet was ich sage und ich habe da auch so einige andere anschauungen von gewissen themen die wirst du erfahren wenn du auf meinen newsletter bist oder auf dem youtube kanal ob jetzt themen mit deinen kindern mit dir selbst mit dem nachbarn mit den freunden mit der familie und so weiter auch deinen wohnort alles spiegelt dir nur unter anführungszeichen dein inneres so geht es egal welches thema du mir mitbringst immer um dich wir arbeiten in dir und ich bin ja dafür bekannt oberfläche gibt es bei mir nicht bin auch junge frau vom sternzeichen die liebt die ordnung blickt tief ist sehr analytisch und ich liebe das was ich tue ich begleite seit 20 jahren menschen ihre ängste und blockaden zu transformieren zu wandeln in eine energie der liebe die hoch schwingende energie damit sie endlich ihre eigene wahrheit leben können dem authentischen ruf der seele folgen ihrem seelen weg folgen ihrem seelen plan denn das ist erfüllung die erfüllung ist auch nicht im außen zu finden durch geld partner wirst du sicher schon gemerkt haben gegenstände autos und so weiter sondern auch die darf in dir wieder geöffnet werden es steht dir zu erfüllung ist wenn du aus dir heraus lebst dein authentisches sein deine eigene wahrheit lebst dir selbst raum gibst mit dir eine hoch schwingende partnerschaft endlich eingehst all deine verdrängten abgelehnten anteile integrierst und mit deiner seele körper geist verbindest seele körper geist sind normalerweise eins sie werden nur meist noch getrennt behandelt getrennt gibt es nicht das ist für uns alle zu erkennen wir sind alle untereinander verbunden und manche schauen nur auf den körper manche nur auf den geist ein paar nicht so viele auf die seele in wahrheit gehört alles zusammen und es ist auch in der energetik in der lichtarbeit manche nennen das lichtarbeit so es ist wichtig in allen dimensionen deiner existenz zu wirken nicht nur im sichtbaren auch in den unsichtbaren körpern in deinem geist in deiner seele und am körper für mich ist das körperliche das dass du auch ins tun und handeln kommst dass du aktiv wirst aktiv tun und handeln kommunizieren etwas bewegen dich bewegen mein hier nicht sport ja sondern dich in eine bestimmte richtung zu bewegen in welche richtung in deine ganz individuelle persönliche richtung und zwar auf deinem seelenweg wir steigen so oft in den seelenweg eines anderen hinein blockieren in und werden durch das resonanz gesetzt dann selbst blockiert viele sind in der opferhaltung im jammern im mangel bewusstsein tragen viele ängste tragen viele lasten noch für die ahnen für mutter vater und so ist es uns nicht möglich ein leben in liebe aufzubauen und seine wünsche zu manifestieren ich bin ein mensch der alle dinge im außen wie gegenstände räucherstäbchen gestalle engel figuren und so weiter nur als unterstützung sieht ich finde nicht ich finde nicht dass irgendetwas im außen dir helfen kann nur unterstützen alles ist für mich im inneren des menschen jede lösung für ein problem jede antwort auf deine fragen und alle wünsche sehnsüchte die in dir sind und hochkommen haben eine berechtigung und eine botschaft für dich das was aus deinem inneren kommt ist dir möglich es kommt nirgendwo anders her es kommt aus dir und daher ist es auch angedacht von deiner seele dass das verwirklicht wird es ist aber nicht möglich weil viele blockiert sind verhaftet sind abhängig sind mit trauma dass schocks zugeladen sind mit irgendwelchen manipulationen von außen beeinflussungen meinungen von anderen konstruktionen projektionen gelübden karmischen verstrickungen ahnenlasten die wir auf der seele sogar manchmal kund getan haben dass wir für die ahnen und für mutter vater alles lösen manche sprechen auch für die mutter für den vater die kommunikation ist nicht einmal die eigene kommunikation sie sprechen dinge nach die gar nicht ihres sind sie leben die erfahrungen und das was mutter vater ihnen gegeben hat übermittelt hat von lehrern kindergärtnern und so weiter wir sind jetzt in einer zeit wo wir das absolut auflösen dürfen und können es ist auch jetzt endlich an der zeit damit du frei werden kannst und indem du frei wirst kannst du dem authentischen ruf deiner seele folgen und der gleicht auch keinem anderen darum ist es ganz wichtig in partnerschaften den menschen der an deiner seite ist sein zu lassen wie er ist er hat seinen authentischen ruf seinen seelenweg seinen seelenplan ich sehe das immer so dass viel eingegriffen wird in die energie eines anderen er hat dies zu tun er hat das zu tun wir gemeinsam sollten dies und das tun solange die liebe noch nimmt noch fordert und noch bedingungen setzt ist es nicht liebe liebe ist vollkommen rein und klar lässt raum gibt frei lässt fließen ist im sein einfach sein ist im jetzt angekommen ist ganz bei sich und gibt bedingungslos denn dieser mensch weiß dass er durch das bedingungslose geben durch das sein lassen eines anderen erhalten wird jeder mensch hat das und ich gehe wieder auf das jetzt ein genau jetzt in diesem moment es gibt nämlich nichts anderes als diesen moment genau das was dir gebührt was dir zusteht hast du viel oder wenig hast du die partnerschaft die du dir immer gewünscht hast hast du den beruf der dich erfüllt und aus deinem herzen erfolgt blicke dich um blicke dich um ganz kurz ist das dein erfülltes leben jetzt in diesem moment und jetzt kommt in den ersten drei sekunden ein klares ja oder ein klares nein hast du ein klares ja dann gratuliere ich dir hast du ein nein dann geh los setze den ersten schritt ich empfehle dir hier dich wirklich begleiten zu lassen warum weil der mensch der dich dabei unterstützt einen ganz anderen überblick hat wenn ich meine klienten betreue begleite ein stück ihres weges nehme ich bilder war energien war ich bekomme botschaften ich gehe in die akasha chronik manchmal darf ich auch in den seelenpartner in die energie hinein und etwas lösen ich nehme die energien der klären den des klienten war ich führe aber meine klienten nicht so dass ich ihnen alles sofort an die hand gebe sondern meistens hören sie von mir was bekommst du für ein bild was fühlst du jetzt warum mache ich das damit du immer mehr in das vertrauen auch zu dir selbst kommst die klienten erhält dann ein gefühl oder ein bild und dann meistens ist es auch so weil ich ziehe ja nur solche klienten an mit denen ich so wunderbar arbeiten kann dass ich es bestätigen kann diese person geht dann immer mehr ins vertrauen zu sich selbst sagt wow das habe ich auch bekommen ich habe es gefühlt ich habe es gespürt dadurch erhöht sich schon ihre oder seine schwingung dieses selbstvertrauen dieses urvertrauen auch wieder zu bekommen ich reise mit diesen menschen durch ihren körper durch ihre unsichtbaren körper durch ihre gebundenen schweren energien durch die lasten die sie tragen ganz wichtig bei partnerschaft ist ich spreche hier erst 20 jahren erfahrung mit klienten und klientinnen ist die ahnenfamilie die wird geordnet sage ich immer da nimmt man oft wahr dass ein ahne auf deinem weg vor dir steht dass mutter und vater nicht dort am platz sind wo sie hingehören weil sie einem vielleicht noch was bitten oder sagen wollen weil hier streit gibt und so weiter dann ordnen wir das ganze energetisch da gehst du mit mir auch so mit dass du das auch für dich gleich lernst das kann ja keiner mehr nehmen ich mache das nicht irgendwie heimlich und ja so dass du nicht weißt was wir hier tun sondern du gehst da vollkommen mit und sollte in deinem leben irgendwann wieder etwas ins ungleichgewicht geraten mit mutter vater oma opa wer auch immer da ist dann kannst du das gleich für dich selber immer durchführen ich wirke immer mit menschen gemeinsam bleib ganz bei der person selbst in ihrer energie lerne ihr das auch gleich wie tut man das bringe sie ins fühlen und folgen auch immer gleich dem impuls dieses menschen den ich dann oft wirklich nur bestätigen brauche das finde ich ganz wichtig damit diese menschen komplett frei werden und unabhängig und sich später auch selbst helfen können ich habe nichts davon wenn ich menschen über jahre begleite das ist absolut kein erfolg finde ich wenn das so geschieht und kein ziel das ist abhängigkeit manipulation es dauert bei manchen klienten paar wochen bei andere paar monate das ist aber klar weil ich habe menschen die kommen mit ein zwei themen sind noch nicht so lange auf dieser welt ich arbeite ja auch mit kindern mit unerfüllten kinder wünschen mit schwangeren mit ja und da geht es dann halt um dieses thema zum beispiel es ist ja ganz egal um was es geht es gibt für alles hilfe und lösung und dann gibt es menschen die tragen schwerste trauma das schocks auch was verstorbene betrifft wo sie noch nicht loslassen konnten und schon sehr lange verdrängt haben in krankheit vielleicht schon sind da braucht es einfach länger das ist klar mit ein zwei terminen sind diese themen nicht erledigt das kann ich dir gleich sagen es ist auch so dass man immer wieder energetisch geistig etwas tun sollte dafür biete ich ja die energieübertragungen an hier sage ich dir die energieübertragungen empfehle ich dir immer wieder zu tun desto öfter du dabei bist desto mehr hebt sich deine energie desto leichter wirst du desto offener wirst du desto mehr hörst du auch den ruf der seele desto klarer wirst du und so weiter das bewirkt wenn ich da längere zeit dabei bin immer mehr und immer mehr wenn du mal dabei bist dann monate nicht hat das nie so eine wirkung als wenn du etwas für dich deine seele regelmäßig etwas tust du wirst immer hoch schwingender das ist so wenn wir etwas oft ausführen dann wird es immer besser mal dabei sein mal nicht ja hat für dich schon einen grund aber es ist gut etwas regelmäßig zu tun manche gehen regelmäßig massieren manche waschen regelmäßig ja ihren körper wissen wir und führen ihr auto in die werkstatt aber für deine seele die braucht auch so viel ja wenn du auf meinem newsletter bist wirst du die energieübertragungen erhalten und da kann ich dir nur empfehlen sei regelmäßig dabei wir bekommen ja immer auch neue energien oder hoch schwingende energien aus dem universum herein und die auch aufzunehmen das heißt du gehst dadurch auch immer mehr und immer mehr in ein höheres bewusstsein du entfaltest dich immer mehr du kannst immer besser energien aufnehmen du kannst besser mit deinen ängsten und allem klarkommen das bewirkt ja etwas wenn man das über längere zeit tut wirst du feststellen die ich habe ja auch ein paar die regelmäßig dabei sind die dann auch und ich bekomme auch dieses feedback es geht ihnen besser sie kommen vielmehr wieder in die lebenslust und lebensfreude was ist weiter bei der partnerschaft partnerschaft wichtig ahnen themen anschauen ahnen energien in die richtige position zu bringen dort wo sie hingehören es gibt kosmische gesetze es gibt nicht nur unsere weltlichen gesetze auch im kosmos im universum so wie du vielleicht kennst das resonanz gesetz und so weiter gibt es auch hier wo hat jemand in deiner energie platz zu nehmen das in die göttliche ordnung zu bringen und das nächste bei partnerschaft ist wir haben nicht nur das innere kind ich nehme viele klientinnen war die ewige jahre innere kinderarbeit machen und noch immer nicht dort angelangt sind wo sie hin wollten nehme ich das innere kind manchmal war in der energie ich muss mich ausruhen lasst mich mal in ruhe immer wird in mir herum gestochert und gesucht wo ist noch was negativ und wo bin ich noch nicht in ordnung und es wird so wie ich das seit 20 jahren wahrnehme nicht beachtet der innere man die innere mutter der innere vater die innere frau denn all die menschen im außen zeigen dir deine abgelehnten verdrängten seelenanteile auf wir hören immer alles ist in dir aber hast du schon mal daran gedacht dass deine mutter im außen eine seele ist die wir bezeichnen als mutter damit wir wissen okay das ist die mutter das ist der vater das ist die freundin das ist der nachbar und so weiter das ist aber auch eine seele im körper gleit die mit dir ausgemacht hat solange auch deine knöpfe zu drücken bis du die tiefe ur mutter seelen wunde erkennst transformierst diesen abgelehnten anteil rückholst und integrierst und mit allen anderen anteil in frieden und liebe in dir verbindest dein vater der sich den namen vater gegeben hat weil menschen erfunden haben alle möglichen bezeichnungen für etwas damit wir wissen vor was wir sprechen wir auch dualseele zwillingseele wissen wir durch diese worte vor was sprechen wir aber das sind alles seelen wie du und ich in einem körper gleit nicht mehr und nicht weniger und die spielen mit dir ein spiel bis beide sich erkannt haben aber wo in sich selbst und sich selbst in der spiegelung von mutter vater bruder schwester partner und so weiter ehemann kinder erkannt haben der innere man ist ein großes thema bei frauen und wenn ich in diese energie mit den klientinnen klienten hineingehe kommen manchmal emotionen hoch wo sie richtig spüren sie nehmen es richtig war mit jeder zelle ihres seins so kann partnerschaft wirklich nicht funktionieren indem ich zum beispiel den inneren man weggestoßen habe aus einer in einer inkarnation oder mehreren erfahrungen mit machtmissbrauch opfer opfer täter der man nichts wert ist oder eh nur probleme bringt oder was da alles auch in einem ist und du selbst vielleicht im früheren leben ein mann warst der frauen unterdrückt hat der nur kämpfe geführt hat der keine emotionen zulassen kann weil er funktionieren musste und so weiter das ist alles in dir in deinen anteilen wir bräuchten uns im außen gar nicht aufregen der papa ist so die mama ist so das ist ein witz und eine frechheit das ist die haben sich bereit erklärt dir zu zeigen was in dir ist nicht mehr und nicht weniger die ganze energie was wir oft nach außen geben der ist nicht in ordnung der ist nicht in ordnung und ich will partnerschaft und ich will die berufe ich will geld und ich will dass meine mama und ich will dass mein papa diese energie nimm und steck sie in dich in deine eigene arbeit mit dir selbst ja und das ist manchmal arbeit und bei ganz tiefen seelenwunden die oft der innere mann oder der innere vater innere mutter innere frauen zu tragen bei manchen klienten mache ich es mit einem termin dieses thema und es hat sich wirklich komplett transformiert und alle anteile durften integriert und vereint werden in die einheit in dir geführt werden und bei manchen ist es so dass man halt noch einmal hineinblickt und noch einmal hineingeht aber das tust du für dich und für niemand anderen und indem du das in die heilung führst in die liebe du kannst dir nicht vorstellen wie gut es dir dann geht wie viel lebenslust du bekommst wie viel energie und kraft dir wieder zur verfügung stellt weil diese anteile in dem sie verdrängt und abgelehnt sind immens energie aufsaugen sie verbrauchen lebensenergie von dir weil sie sich ständig bemerkbar machen und weil wenn wenn du nicht offen bist dann müssen es dir die personen im außen immer wieder vor die füße knallen und es wird immer unangenehm und immer anstrengender streit ablehnung meinen vater will ich nie wiedersehen und so weiter umso schlimmer anstrengender wird es umso mehr energie kostet es dich umso früher wirst du älter umso früher beginnt disharmonie so nenne ich das andere sagen krankheit schlafstörungen burnout das ist ja auch egal wie sich das alles nennt depression burnout es ist etwas im ungleichgewicht in dir in disharmonie geraten und alles lässt sich lösen und es ist der einzige weg zu dir selbst und in dich selbst zu gehen tief in dich zu blicken denn alles andere im außen mal sein zu lassen nimm dir ein paar termine und geh da durch und das empfehle ich dir wirklich mit begleitung und ich empfehle dir auch wenn dich jemand anspricht dann mache die wichtigsten themen und schritte bei einer person die kennt dich dann schon du musst nicht hundertmal deine geschichte erzählen wenn du immer wieder deine geschichte ständig überall erzählst all deine themen probleme lasten krankheiten näherst du diese energie du näherst sie ständig dieser mensch kennt dich beim nächsten termin kann man sofort hineingehen weiß der therapeut oder energetiker weiß kennt dich und so fließt das ganze es ist eine intime geschichte es ist eine vertrauensgeschichte und wenn du dich nach dem termin schlechter fühlst dann hat es da eben was aber dann hast auch du dir diesen therapeut ausgesucht dass er dich in eine energie führt die nicht gut ist du wirst den oder die anziehen die für dich zum besten ist was immer du auch da erlebst dann gibt es klienten die nehmen einen termin und nachher blockieren sie das heißt sie haben viel gehört gemacht kommen aber nicht ins tun sie bleiben in dieser alten situation noch immer weil sie angst haben wenn du ab und zu nur etwas tust wird es nicht funktionieren es heißt dran bleiben eine zeit sich nehmen und sagen jetzt gehe ich da durch wie ein masseur zu dir sagt ja mit einer massage geht es nicht nehmen sie gleich einen 10er block so ist das auch mit der seele und diesen menschen empfehle ich die noch immer verhaftet sind nach x terminen nehmt ich biete an erwecke die göttinnen die einen online kurs denn hier bin ich zehn wochen an deiner seite und hier komme ich mit dir gemeinsam natürlich ins tun ja partnerschaft wie gesagt noch einmal ahnenfamilie ordnen lasten die wir für sie tragen mutter und vater wo du noch für mutter lebst mutter sprichst noch mit der energetischen nabelschnur vielleicht verbunden ist auch wenn sie im außen durchtrennt wurde deine inneren anteile in die heilung zu führen alles abgelehnte abgetrennte wieder in dich zu integrieren es spiegelt dir das außen wie ist dein verhältnis jetzt zu deiner mutter zu deinem vater und es geht in dieser neuen zeit nicht mehr darum ständig in mutter vater innere kind themen zu rühren und zu rühren über monate und jahre man geht vielleicht ein zweimal bei ganz schweren fällen sage ich dreimal hinein dann ist es genug dann ist es genug dann gehst du in das vertrauen es ist jetzt alles wieder in mir in der göttlichen ordnung und dann gehst du dein leben weiter es darf jetzt wirklich so viel abgeschlossen werden so viele zyklen abgeschlossen werden auch dualseelenprozesse und so weiter diese energie ist bereits bei uns hier auf der erde präsent es geht nicht mehr darum ewig irgendwo herum zu rühren aufzuwühlen hunderte inkarnationen zu durchlaufen und so weiter es gilt ums befreien erkennen erinnern integrieren ums handeln und tun und in bewegung zu kommen schritte zu setzen alles was in liebe ist bleibt bestehen sollte eine partnerschaft sich trotzdem in eine trennung hinein bewegen und es ist lieber im fundament kommen die wieder zusammen und hier sind ängste ich zähle dir ein paar auf bindungsangst trennungsangst verlustangst verlassenheitsangst und viele mehr es gibt ganz viele jetzt dürfen sich wirklich tiefe seelenwunden transformieren sind oft wunden da wird ein pflaster drüber gelegt und mehr wird nicht mehr getan und im untergrund eitert alles und dann gibt es menschen im außen die kommen auf dich zu und reißen dir dieses pflaster runter und du blickst tief in diese wunde hinein da sind wir in der neuen zeit und egal wie sich derjenige im außen nennt du hast es dir mit dem oder ihr vereinbart und es geht um dich partnerschaft mit dir aber auch alle anteile in dir wieder in die partnerschaft zu führen dann ist partnerschaft wie man in der neuen zeit sagt möglich auf einer ebene sich zu begegnen geben und nehmen im ausgleich der eine ist bereit mit dem anderen sich weiter gemeinsam zu entwickeln und gemeinsam Seele zu entfalten hier kannst du mit einem partner wenn du einen partner hast jeder für sich schreibt auf seinen zettel seine Ziele auf dann legt ihr die zettel in die mitte jeder nimmt den zettel des anderen und liest oder ihr beide schaut zugleich drauf und dann werdet ihr vor augen geführt bekommen haben wir überhaupt gemeinsam ziele sind wir bereit uns gemeinsam weiter zu entwickeln dem anderen raum zu geben den anderen auf seinem seelenweg gehen zu lassen natürlich haben da auch manche angst denn es könnte ja plötzlich auf dem zettel ganz was anderes stehen und dann kommt es auch darauf an ist der partner wirklich bereit alles auf diesen zettel zu schreiben was er mit dir gemeinsam machen möchte oder wo er hingehen möchte mit dir das ist natürlich Voraussetzung Ehrlichkeit tiefste Herzenswünsche Wahrheit auf diesen zettel zu schreiben dann gemeinsam zu schauen ja wie viel Gemeinsamkeit haben wir beide überhaupt was lässt sich gemeinsam ändern welche Ziele und Wünsche sind gemeinsam und welche darf jeder für sich alleine erfüllen und entwickeln nirgends steht geschrieben wie Partnerschaft zu führen ist alles was wir gelernt haben ist für mich gesehen einfach nur ein Konzept was im Außen einfach wer sagt aber es gibt nirgends eine Verpflichtung oder ein Gesetz wie Partnerschaft zu führen ist das haben die beiden für sich zu entscheiden und wenn jemand Single sein möchte dann darf und kann er das auch ohne Angriffe von Außen findest du dir keinen bist ja eh nicht zu schirr und so weiter lass den Anderen sein wie er ist du weißt nicht was er oder sie auf seinen Plan hat hier zu erleben und so könnt ihr euch das gemeinsam vor Augen führen wenn wie gesagt ehrlich auf diesen Zettel geschrieben wird und dann kann man auch daran gemeinsam arbeiten es geht um eine gemeinsame Entwicklung Zweckpartnerschaften Vernunftsehen oder Vernunftpartnerschaften werden eben diesen Energien nicht standhalten und warum weil es auch sein kann das ist zu akzeptieren dass auf deinem Plan für dieses Leben steht dass die Freundin der Partner die Mutter der Vater wer auch immer nur eine Zeit dich im Leben hier begleitet und desto mehr du hier festhältst desto schwieriger wird es im Leben und desto mehr wirkt es sich in alle Bereiche deines Lebens aus auf den Körper in die Arbeit Freundschaften und so weiter das wirst du merken und spüren Zweckpartnerschaften Vernunftsehen und so weiter sind krankmachend und nicht heilend und nicht alle Menschen werden uns bis zum Ende begleiten ja wenn du jetzt Single bist und wünsch dir eine Partnerschaft dann schreibe auf einen Zettel all deine Wünsche und dann gehst du sie noch einmal durch wenn da jetzt zum Beispiel draufsteht möchte einen treuen Mann treue Frau bist du selbst treu? dann hake das ab dann kannst du es auch im Außen erhalten steht zum Beispiel drauf pünktlich bist du selbst bist du selbst pünktlich dann hack es ab dann kannst du es auch erhalten bist du nicht pünktlich und möchtest aber einen pünktlichen Partner dann übe dich und lerne pünktlich zu sein dann kannst du es erhalten wenn nicht streiche es durch und verlange es nicht von deinem Partner so schreibst du alle deine Wünsche auf gehst es durch und schaust biete ich das selbst alles an was ich hier mir wünsche ja manche sogar fordern oder eine Bedienung setzen die Partnerschaft der neuen Zeit ist ohne Forderung ohne Bindung ohne Kompromisse einfach sein gemeinsame Entwicklung gemeinsame Seelenentfaltung ein Annehmen des Anderen wie er ist den Anderen sein lassen kann wie er ist ich höre immer wieder ich wünsche mir einen Partner der mich so sein lässt wie ich bin kannst du das einen anderen Menschen sein lassen wie du bist und hier beginnen wir gleich wieder bei dir kannst du dich überhaupt jetzt in dem Moment sein lassen wie du bist mit all deinen Fehlern Schwächen Stärken mit all deinen was du nicht meinst es ist nicht schön und gut genug dann wird der Partner dich auch sein lassen können wie du bist alles Resonanz so wie du in den Wald rufst so kommt es zurück also Partnerschaft kurzes Feedback Zusammenfassung meine ich Ahnenfamilie Ordner all deine inneren Anteile rückholen oder ja aus der ich sehe es bei manchen auch im Gefängnis stehend oder so ich bekomme immer Bilder ja das Unterbewusstsein übrigens liebt Bilder und ich arbeite gern in dieser Form ganzen Anteile integrieren vereinen ja immer wieder deine Energie erhöhen immer wieder die neuen Energien aufnehmen auch dich sein lassen können den anderen sein lassen können in dir alles zum strahlen und schwingen bringen desto höher deine Schwingung ist desto schöner auch deine äußeren Begegnungen und dein Leben im Außen desto kraftvoller deine Schwingung ist desto mehr Kraft auch für alles desto mehr kommst du auch in die Energie des Tuns auch wichtig männlich und weibliche Seite in dir in die Balance und Harmonie zu führen den göttlich-männlich-göttlich-weiblichen Seelenanteil wieder zu verbinden und dann geschieht die Verbindung im Außen die dir dann aufgrund dieser Arbeit dieser hohen Schwingung dieses dein wahres Seinleben zusteht und gebührt du hast immer im jetzigen Augenblick genau den Richtigen die Richtige oder auch niemanden die Wohnung den Beruf der dir jetzt aufgrund deiner Schwingung deines inneren Seins dein ja all deiner Gedanken all deiner Lasten zusteht oder auch nicht man kann sich wunderbar jetzt befreien Partnerschaft zuerst zu dir selbst Partnerschaft wieder eingehen zu deinen eigenen Persönlichkeitsanteilen deinen inneren Anteil denn du warst bevor du hierher gekommen bist vollkommen ganz und in der Einheit dort sind wir alle mal heraus geht bitte nicht nur dir so das haben hier ich behaupte sogar alle Menschen sonst wären wir nämlich nicht hier und auch der Leuchteste wenn man das überhaupt so bezeichnen möchte oder der Guru oder was weiß ich wäre nicht mehr hier wenn auch bei ihm schon alles in der Ordnung und ich bin auch noch hier ja also es geht für uns alle darum das wieder zu vereinen und in Liebe anzunehmen und dann geschieht so viel im Außen genauso lerne ich auch oder zeige oder übe mit meinen Klienten und Klientinnen immer zuerst auf geistiger Ebene auf seelischer Ebene telepathisch zu kommunizieren und dann erst nach außen zu gehen und im Außen zu kommunizieren wir Menschen sprechen so viel aber nichts Wesentliches oft zerreden wir Dinge oft gibt es von einem normalen Gespräch geht das in Streit oder Diskussion das ist niedere schwere Energie deine Schwingung wird niedriger du fühlst dich nicht gut in der Familie ist dann Unruhe da gibt es einen ganz anderen und einfacheren Weg und ich lade dich gerne ein mit mir ein Stück deines Weges zu gehen in deine eigene Meisterschaft wieder in die Göttin in dir denn den Gott brauchst du nicht im Außen zu suchen du hast Göttin und Gott in dir das sind Energie Geschichten das ist alles Energie und das darf in dir sein Jesus Christus darf in dir ins Fließen kommen und nicht im Außen alles darf heilen auf allen Ebenen deines unseren Seins und automatisch kommt auch die Welt mehr in den Frieden wir sind nicht Weltretter retten wir uns doch einfach mal selbst und kehren wir jeder vor unserer eigenen Tür und du wirst viel schneller dort sein wo du hin möchtest oder wo deine Seele dich gerne hinbringen möchte und zwar in die absolute Fülle in das Reichtum in dir in die Partnerschaft mit dir in den Wohnort Seelenort in dir und wenn hier und ich sage nicht zu 100% und es gibt auch keinen Perfektionismus sondern ich sage ihm so drei Viertel wieder in Frieden ist in Ruhe in der Seelenkörper Geist dann haben wir schon ein Riesenziel erreicht mit uns selbst und so ergeben sich auch diese wunderbaren Partnerschaften der neuen Zeit wunderbare Partnerschaften mit auch den Kindern den Freunden mit Mutter Vater was auch immer alles Liebe deine Sissi Göttling ich lade dich herzlich auf meinen Newsletter ein auf Webinare mit mir auf Online Kurse wo ich dich intensiv ein paar Wochen begleite findest du auf meiner Online Akademie sissigöttling.com alles Liebe Tschüss das ist das das ist das